Ja und jetzt schauen wir uns mal noch kurz den BA21 an. Armierung läuft auch hier. Hier arbeiten wir an den Wänden. Jawohl, wendige Geschichte. Achtung, ich zoome. Upsala, das war die falsche Richtung. So, da hinten Decke drauf, Deckel zu, Affe tot. In der Mitte Fassdecke drauf und hier noch gar keine Decke drauf, sondern Wände. Wände betoniert, Wände noch nicht betoniert. Ja, gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen hier. Ne, ich glaube nicht. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Irgendwo von da drüben Geräusche. Aber da sieht man nichts. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange Wuberts Videos eigentlich immer so lang gehen. Wie 10, 9, 8. Jetzt müssen wir noch mal 2 Minuten machen. Ja.